Sieh ja, hau eine. Wir haben ja nicht nur getrunken heute. Wir haben heute mehr getrunken als uns. Okay, let's go. Wir können anfangen. Herzlich willkommen bei Ohren zu Augen auf dem Podcast live nach der Live-Sendung. Es ist mittlerweile Samstag. Wir begrüßen euch recht herzlich. Ist es schon Samstag? Ich glaube, mittlerweile ist es Samstag. Für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ist es Samstag. Es ist Samstag. Wie jede Woche haben wir heute Stamania angeschaut und fassen jetzt die Sendung für euch zusammen. Wir probieren es so gut es geht. Es war die dritte Sendung und wir wissen, alle guten Dinge sind reich. Du Schatz, war die dritte Sendung gut? Okay, pass auf. Ich finde, letzte Woche war ich extrem emotionalisiert und es gab Up and Downs. Ich muss die Sonnenbrühen aber tun, weil es nicht sicher ist. Okay, alles klar. Es gab Up and Downs und diese Woche war ich so ein bisschen auf, also wenn du so einen Herzschlag auf so einem, wie nennt sie das? EKG. EKG. Okay, siehst, war letzte Woche auf und ab und die Woche war ich so. Okay, also es ist irgendwas gestorben. Es war ein bisschen, also okay, für mich diese Woche, der Star dieser Woche war die Bühne. Das Bühnenbild, das Licht und das hat für mich dem meisten überstrahlt. Das haben die toll gemacht. Das haben die toll gemacht. Für mich ist besonders der Moment in Erinnerung geblieben, wo quasi diese Kirche gezeigt wurde, genau. Wo es gestanden ist im Chicago Baseball Shirt. Nein, aber es war eigentlich immer gut. Es war bei allen Songs sehr, sehr gut. Also ich glaube, die grooven sich auch schon langsam ein. Man darf nicht vergessen, die ganze Technik, die ganze Regie, die ganze Pandemie und überhaupt alle und oben die Kantine und überhaupt. Es sind wieder so viele Leute im ORF. Und die grooven sich nach und nach ein, glaube ich. If life gives you lemons, you make lemonade. Let's talk about the looks. Let's talk about the looks. Heute muss ich sagen, Arabella, ich habe heute leider nur eine 4 von 10 Punkten für den Look. Das war wieder ein Interview-Look. Also das Interview-Look hätte ich sehr schön gefunden. Aus Freitagabend-Show. Not so much. Ina hat mich heute sehr überrascht mit ihrem Look. Fand ich sehr fresh. Habe ich so noch nicht gesehen. I loved it very much. Fiverr ist eh klar. Und der Team, auch wie jede Woche, verschwindet ein bisschen im Hintergrund. Ich glaube, der Team, also wir sind jetzt bei der dritten Sendung und ich glaube, der Team zieht gefühlsmäßig jede zweite Woche das Gleiche an. Ja. Damit man denkt, es wäre was anderes, aber es ist irgendwie eh das Gleiche. Absolut. Also er kennt sich schon ein bisschen. Ich meine, hallo, er ist irgendwie gerade jetzt bei uns zu Besuch in Österreich und wir freuen uns total. Da habe ich mir schon gesagt, das nimmt er auch noch mit. Das nimmt er auch noch mit. Die paar Hunderttausend nimmt er auch noch mit. An dieser Stelle hat er auch gesagt, Arabella, Gratulation für die Romy-Nominierung. Gratulation. Gratulation. Und wie Arabella an dieser Stelle auch immer sagt, was sagt sie eigentlich? An dieser Stelle, an dieser Stelle, an dieser Stelle sei gesagt, dass die Ina, die haben wir auch zu gratulieren. Ja. Hat heute am Freitag, es ist ja jetzt Samstag, aber gestern am Freitag hat sich ihr Album Rot rausgebracht. Gratulation Ina. Wir freuen uns so mit dir und das ist wunderschön und es lohnt sich absolut reinzuhören. Na was heißt. Checkt es euch, kauft es, streamt es 200.000 Mal am Tag. Alles was gibt. Alles was gibt. Fiverr ist eh klar. Scorpio, what should we say? Fiverr will love. Da gibt es eh überhaupt nicht mehr viel dazu zu sagen. Was ist das zu sagen? Okay. Also. Folgende acht KandidatInnen sind im Semifinale. Dazu zählt Fred, Laura, Philipp, Jonathan, Michael, Selina Maria Edbauer, Deborah, Debbie, Adrian. Und der Adrian. Das war es auch schon wieder. Jetzt gehen wir es einmal durch. Jetzt waren wir verwundern. Der Fred. Der Fred ist so wunderschön und so cute. Aber gesungen hat er mittelmäßig. Ich glaube, da ist aber noch mehr zu erwarten. Ich glaube auch. Also ich finde, in den leiseren, tieferen Stellen hat er mich voll gehabt. Da bin ich versunken in seinen Augen. Und dann, als es ein bisschen lauter wurde, hat er mich verloren. Da war es dann irgendwie nicht mehr so authentisch. Was hat der Tim gesagt? Es war besser als Revolverheld selbst. Aber das ist ein bisschen, glaube ich, die... Vielleicht ist es eine Rivalität, vielleicht auch nicht. Aber die machen natürlich irgendwie ähnliche Sachen. Sie singen Revolverheld und Tim Pensko singen auf Deutsch. Beide relativ trifig. Er war auch mit Bilderbuch immer nicht sehr versöhnlich. Eifersucht, maybe. Weitergekommen ist auch Laura. Halleluja hat die gesungen im Chicago Baseball-Shirt. I can't get over the fact that this look was just not for the moment. Anyway, die Haare müssen wir auch schneiden. Aber... Boah, die gehören abgeschnitten, bitte. Die sind angefressen, wie wenn eine Maus dabei gewesen wäre. Aber die Stimme... Ja, sie singt Killer. Wunderschön. Wunderschön. Zurecht ein Stern. Na, ich freue mich so, weil sie ist bitte, um das nochmal zu erwähnen, und das muss man echt sagen, sie ist 16. Hallo. Und sie singt einfach Killer. Also, die Riffs, es ist alles da, es ist Leichtigkeit da, es ist Höhe da, es ist Tiefe da, es ist... Die Persönlichkeit fehlt mir noch etwas vielleicht, aber da muss man halt auch sagen, dass sie halt erst 16 ist, also da ist sie dann wiederum erst 16. Ja. Aber ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Also, ich freue mich extrem über die Laura heute. We move on. Der Philipp ist weitergekommen. Star Ticket. Gott sei Dank. Ja. Du warst nicht so ganz dabei, was... Also, schon, aber nicht... Ich habe seine Instagram-Page und alles das, was er online zeigt, habe ich extrem gefeiert. Er war einer der wenigen, neben der Selina, die mir im Gedächtnis blieben, in der Vorrecherche. Der schreibt gefühlt jeden Tag einen Song, also das musst du mal bringen. Also, girl, you're doing the most. And we love and we see. Diese Performance war für mich, und das sage ich, reine Geschmackssache. Weil, wie du richtig sagst, technisch, das musst du mal hinbringen, vor Kopf, in die Brust und so zu wechseln. Ich bin halt ein Freund davon. Und ich will halt, wenn Töne rauskommen, die meines Erachtens bei einem Mann in der Brustrange sein sollten, wenn sie dann in der Mischstimme sind, habe ich halt nur einen Halbaufgewamten. Ein Halbsteifen. Nein, also ich kann deine... Also ich bin total bei dir auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wie gesagt, für mich ist das da Potenzial, weil er in seiner Welt lebt, weil er nicht... Also für ihn ist es egal. Er ist halt da dabei und für mich fühlt sich alles so natürlich an. Er zeigt sich von seiner Seite, wie er ist, wie er sonst ist, wie er denkt. Und es ist nicht gekünstelt oder so und es ist absolut authentisch. Und er ist für mich herausragend vom Look, vom Outfit, vom Singen. Ich finde, gesangstechnisch ist das absolut cool. Und ja, vielleicht auch eine Geschmackssache. Wie gesagt, da kann ich das nachvollziehen. Aber es war wirklich gut gesungen und cool gemacht. Und da haben wir eben auch gesagt, die Songerswahl, oder? Vorab. Ich freue mich total, dass er weiter ist und ich freue mich sehr, was er noch kommen wird. Und an dieser Stelle ist er gesagt, checkt sich seinen Podcast aus, weil auch das ist sehr viel Arbeit. Und ich glaube, es ist sehr lustig, sich das anzuhören. So an dieser Stelle auch. Philipp, go Philipp. Yes, Queen, work the house down boots. We count on you. We count on you. Jonathan, Frauen regieren die Welt, kam weiter in die nächste Runde. Da war auch das Bühnenbild das erste, was mich wahnsinnig beeindruckt hat. Und dann hat mich das Tatooine irritiert und gesanglich. Ich muss einmal einen Schluck machen. Nein, gut gesungen, also absolut guter Sänger. Genau. Schauen wir mal, also I have to say, wie wir vorher auch schon angesprochen haben, ich bin sehr gespannt, wie sich die Kandidaten, Kandidatinnen dann tun, in der direkten Konkurrenz zu denen, die wir schon gesehen haben und weitergekommen sind, weil die sind ordentlich stark. Voll, bin ich voll deiner Meinung. Ich finde es halt generell schwierig, einfach in einem Popularkontext, also sprich, es ist eigentlich eine kommerzielle Sendung, eine Fernsehsendung, wo viel Popmusik gesungen wird. Frauen regieren die Welt, ist von Roger Cicero und ist eine Swing-Nummer, das heißt, es ist eigentlich Jazz. Und da ist es immer, finde ich, also man hat das bei Fever gesehen. Man scheitert sehr leicht. Man scheitert sehr leicht, weil einfach die, weil viele, viele junge Gesangstalente nicht so das Gefühl für Jazz haben. Ich finde, bei ihm hat man gemerkt, dass es relativ gut hingekoacht war. Ich habe nicht gespürt, dass es so wahnsinnig authentisch war, aber es war gut gecoacht, es war gut interpretiert und ich freue mich, von ihm auch eine Pop-Nummer zu hören. Yes. We move on. Michael Ruzsa. Isn't she so lovely? She is. Also he is. He is super cute. Die Geschichte mit dem Opa, also die zwei, die haben auch eine echte Connection. Hast du gesagt, es ist der Vater, na ihm gesagt? Nein, du hast gesagt, es ist der Papa. Es ist der Opa. Es ist der Opa. They are vibing very much. Und ich finde, so eine Connection zu den Großeltern aus ihm, kennt ihr von meiner Oma, ist schon sehr, sehr, sehr special. Und wenn du diesen Support hast, es ist schon nochmal eine andere Kiste im Vergleich zu deinen Eltern. Das ist schon nochmal eine andere Generation. Und wenn die dich checken und verstehen, das ist sehr viel. Das bedeutet mehr. Ja, ich weiß nicht. Das ist eine andere Intensität. Die haben nicht den direkten Druck, dich erziehen zu müssen, sondern die Großeltern, finde ich, genießen ja immer die Zuckerseite der Enkelkinder, weil die können es, so blöd das klingt, können es auch wieder abgeben und geben ihnen das mit, was sie vielleicht bei ihren Kindern verabsäumt haben, wo sie merken, wo ihre eigenen Kinder jetzt groß sind und wo sie verstehen, das habe ich vielleicht. Und bei den Enkelkindern ist man dann auch ein bisschen gechillter. Any other ways, ich finde, diese Vibe hat ihm sehr gut getan. In dieses Nest, in das er geboren wurde, und dieses kreative Nest, in das er auch geboren wurde, hat ihm sehr gut getan. Und die Stimme war sensationalissimo, darling. Also der Sound war Bussi. Sehr schön, sehr hoch gesungen. Das mit dem Großvater kann ich total nachvollziehen. Bei mir war das damals auch bei Stamina, also mein letzter Opa quasi der offiziell, also mit dem ich auch viel Musik gemacht habe, der ist dann auch gestorben, leider bald nach Stamina, aber der hat damals noch, das war übrigens der Schmuggler. Mein Opa war ein Schmuggler. Na gut, da gibt es ja auch ein Buch von deinem Opa. Dein Opa hat Sachen geschmuggelt. Auf der Alm waren wir letzten Sommer. Ich hätte nichts schmuggeln können auf den Wanderwegen. Ich hätte alles selber aufgetrunken und gefressen wahrscheinlich. Aber ich verstehe diese Connection. Also wie gesagt, wie du sagst, bei deiner Oma, ich habe das selber nicht so, also ich habe das auch erlebt, aber eben relativ kurz in meinem Leben und ich bin sehr dankbar dafür. Und er, letztendlich zum Michael zurückzukommen, er ist ein super Sänger, hat das toll interpretiert und er ist auf jeden Fall ein weiterer Kandidat und für mich hätte er eigentlich auch einen Stern verdient. Absolut, ich hätte einen Stern verdient. Einen Stern hätte er auch für mich verdient, die Selina, die viel so auf Gold gesungen hat von Eva Cassidy. In die war ich schon verliebt, am Montag war ich schon verliebt. In die. Weil das habe ich mir ausgeschickt, was die so macht. Und diese Stimme ist einfach wie, ach, wie Samt auf meinen Lippen. Um auch auf ihren Lippenstift zu sprechen zu kommen, der auch matt, rot, samtig, mit samtigem Finish. Ja, ich war sehr verzaubert. Darf ich die noch einmal bekommen? Tja, tue du Opfer, kein Stress. Du machst immer so, äh, nein. Ja, ich bin auch voll bei der Selina dabei. Ich finde, sie hat das wahnsinnig authentisch interpretiert, zumindest zu Beginn, aus irgendeinem Grund. Hat sie mich in der Mitte des Liedes, und das Lied ist nicht lang, es ist 1,30, hat sie mich irgendwie verloren. Und da haben wir, glaube ich, den Moment gehabt für mich, und da hast du mich ausgelocht, weil ich das auch am eigenen Leib gut kenne. Ich glaube, der Neiman muss da nur ans Draufsitzen, und jetzt kommt die Money Note, und jetzt kommt Céline Dion. Das hätte die Nummer überhaupt nicht gebraucht. Und das hat sie irgendwie gemacht, ich weiß nicht. Das war ein Fehler. Also ein Fehler. Sie ist weitergekommen, es ist sie vorher ausgegangen, aber wahrscheinlich wäre es more intense gewesen, hätte sie es in dieser Quietness intensiver gemacht, und wäre nicht lauter geworden. Nichtsdestotrotz ist sie weiter wegfreien und sehr. Die Debbie. Debbie. Also die Debbie ist ein süßes Mädchen, aber wie gesagt, Musikschulkonzert, Klassenabend. Es sind 50 Eltern eingeladen, es ist nicht Corona, die sind alle in einem Saal, und sie wird begleitet am Klavier vom Bla, Bla, Bla. Schön gesungen, brav gesungen, die Eltern sind total stolz und alle applaudieren, und sie ist wahrscheinlich auch die Beste an dem Klassenabend, aber ich finde, für die Castingshow hat es für mich nicht ausgereicht, und es hatte für mich zu wenig Personality, und der Song, der Text ist für mich nicht drüber gekommen, die Lebensfreude ist für mich nicht drüber gekommen. Ja. Ich bin sehr verliebt in sie, deswegen freue ich mich sehr, dass sie weiter ist. Ich hoffe, das nächste Mal kriegt sie einen Song, wo sie ein bisschen mehr strahlen kann. Und wir kommen zum letzten Kandidat, der heute weiterkam, ins Semifinal, und das ist Adrian, der hat gesungen Zuckerpuppe von Bill Ramsey. Und dein Fazit, mein Herz. Entschuldigung, ich muss die Ketten ablegen, weil die sind schon so schwer. Die schweren Ketten des Lebens. Boah, also... Zuckerpuppe. Also ich finde die Songerswahl extrem schwierig. Ich finde man... Also, okay, wenn ich mir diesen Song aussuche, dann interpretiere ich ihn auch so mit Witz, mit Comedy, authentisch. Ich gehe ein bisschen aus mir raus. Mir hat das total gefehlt. Die Interpretation war etwas zurückhaltend. Und ich habe es überhaupt nicht gespürt. Und somit ist der Kandidat nicht wirklich weiter für mich. Also Adrian, ich glaube, da muss er ein bisschen Gas geben. Also mein Papa hat geschrieben, er ist da ein bisschen bei uns, weil mein Papa gibt ja den Sanctus nach der Sendung, weil wir beurteilen ja die Show und mein Papa beurteilt uns. Und er hat geschrieben, dass die Mama und er auch unserer Meinung sind, dass der letzte Kandidat wegen der Frauen-Männerquote weiterkam und nicht aufgrund seiner gesanglichen seiner gesanglichen Darbietung. Da bin ich auch dabei. Für mich war er nicht weitergekommen. Und ich freue mich trotzdem. Adrian, congrats. Ich wünsche dir total, dass du beim nächsten Auftritt uns alle davon überzeugst, dass wir Unrecht hatten. Also meine Eltern, den Martin und mich. Schatzi. Highs and lows. Saar auf der Graden. Saar auf der Graden. Highs and lows, Darling. Was haben wir für ein High? Was haben wir für... Was ist... Na, fangen wir mit den Lows an. Fangen wir mit den Lows an. Was waren die Lows dieser Woche? Gerne. Was waren die Lows dieser Woche? Low, 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 low. Für mich war die Schuhauswahl... Boah. Teilweise ein Low. Ich weiß, es ist sehr oberflächlich, aber das ist halt das, was mir in Erinnerung blieb. Ja. Okay. Here we go. Für mich gibt es diese Woche, die weder große Highs and Lows, weil es für mich insgesamt emotional ein bisschen an der Natürlichkeitsgrenze schwankte. Ich bin weder extrem excited, noch extrem devastated. Und das ist so ein bisschen das, wo ich mich herum bewege. Es war alles irgendwie cute und es war nichts wirklich schlecht. Es war eine dritte Sendung. Normal ist es die zweite Sendung. Aber hier haben wir es in der dritten erlebt. Ich kann, also ich bin komplett bei dir und wenn es ein High gab, dann ist es für mich tatsächlich der Philipp Biller. Sowohl vom Outfit, von der Gesangsdarbietung. Ich glaube, there is more to come. Ich mag seine nerdige Art. Ich liebe es. Und ich glaube, er ist sehr, sehr, sehr musikalisch und freue mich auf alles, was noch kommt. Yes. Und vom Loh her, ja. So we leave it on that note. Genau. The High, Philipp, ich freu mich, wir freu uns, hau's rausseh. Und ich glaube, das war's für diese Woche. Dein High war Selina, vielleicht? Ich hab weder High noch Lowes. Selina I loved, aber letzte Woche hab ich mich fast angemacht vor lauter Excitement. It didn't happen this. Mein High war die Bühne. Das Bühnenbild, das Licht, darauf hab ich mich diese Woche so eingeschossen, dass ich fast bei jedem Auftritt das als allererstes kommentiert hab. und das wär dann mein High. Schatz, ich muss sie. What a beautiful evening it was. Danke für diesen schönen Abend. Ich danke dir für diesen schönen Abend. Meine Lieben, danke fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Ohren zu, Augen auf. Und bis dahin greifen sie ein bisschen nach den Sternen. Pussi. Pussi. Yes! Yes! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.